Tiere in Wien Biber im Bialobau Biber sind nachtaktiv, besuchen Sie sie in der Abenddämmerung Anfahrt, Bus 98 A Haltestelle Kirschenallee und ca. 20 Minuten zu Fuß Ziesel auf der Pirchtolzdorfer Reide Anfahrt, Straßenbahn 60 Endstation und ca. 15 Minuten zu Fuß Wildschweine in Lanzer Tiergarten Öffnungszeiten 2009 31.01. bis 2.11. 9 Uhr Ab 29.03.08 Uhr Bis Einbruch der Dunkelheit Anfahrt, U4 Hütteldorf, 10 Minuten zu Fuß zum Nikolai-Tor Eichwöhnchen im Augarten Erdnüsse mitbringen Anfahrt, Straßenbahn 31 Haltestelle obere Augartenstraße Eichwöhnchen im Augartenstraße Eichwöhnchen im Augartenstraße